ja servus grüß ich der bernd hier füße vom tisch heißt ja immer aber ich habe die füße jetzt mal extra auf den tisch gelegt denn heute zeige ich euch mal was richtig cooles und zwar so genannte wildling schuhe barfuß schuhe und warum sich dabei handelt das seht ihr gleich ja in diesem kurzen video wird's wild denn ich packe mit euch meine neuen barfuß schuhe aus und zwar die sogenannten wildling tarpane ja also wie man sieht finde also wie ich finde steckt die liebe hier wirklich im detail sogar schon einmal im karton das ganze kommt hier in einem wirklich schön gestalteten pappkarton und dann schauen wir mal was sich da drin befindet also ich habe hier solche einiges holen noch mit bestellt kommen also hier in seine schönen her mit einer schönen banderole versehen wie man es von geld scheinen kennt machen wir das mal ab also die sind hier zusammengeklebt dann kann man die ganz einfach auseinander ziehen banderole wieder drauf sollen auch immer ordentlich ausschauen ja wirklich schön gestaltet ist sogar die retourenkarte ich halte es immer kurz in die kamera ihr könnt ihr dann auf stopp klicken wenn ihr euch die sachen genauer anschauen wollt wenn ihr lesen wollt was auf den einzelnen sachen drauf steht gut dann machen muss uns jetzt mal ans auspacken ja also das ganze ist hier in seinem papierchen eingewickelt so und das sind die dinger schon also ich habe dieses modell tarpane bestellt und es kommt mit sogar einer hier herzlichen glückwunsch zu deinem neuen wilden begleiter kärtchen geht ihr jetzt alle mal durch wie gesagt hier ich lese jetzt dann nicht im einzelnen alles vor was da drauf steht wie gesagt hier einfach dann auf stopp klicken und dann könnt ihr euch anschauen worum es hier geht also hier werden tipps zur pflege gegeben steht dann immer hinten drauf in der jeweiligen rubrik worum es geht run wild also steht dann auch auf dem schuh wie man sehen werden sind jetzt klassische winterschuhe sehen wir dann auch weil sie gefüttert sind und in diesem kleinen ja kärtchen hier oder kärtchen in den kärtchen sehen wir also pflegehinweise die baumwolle leinen hanf also je nachdem welches modell man jetzt eben sich ja geordert hat und aus welchem material in der schuhe eben besteht dann werden hier hinten dann immer noch mal infos gegeben wie gehe ich jetzt bei nässe mit dem schuh um wie pflege ich ihn richtig wie pflege ich das material und so weiter und so fort genauso wolle woll walk haben wir hier auch noch wie gesagt das steht dann immer hinten ist immer das gleiche sind wir haben bestimmte rubriken hier sehen wir das dann bei schmutz wie pflege ich eben die schuhe ist ja auch ganz wichtig es ist wie mit allem das zeug lebt natürlich nur so lange und so gut wie ich damit natürlich auch umgehe hier haben wir dann rubrik nässe geruch und mal auch ganz wichtig so wie gesagt klickt einfach stopp wenn euch das interessiert was auf den einzelnen kärtchen geschrieben steht wirklich sehr schön gemacht also wirklich man sieht das hier auch das herzblut und die leidenschaft der hersteller da drinnen steht und das wirklich kein massenprodukt ist wirklich sehr schön gemacht wie ich finde dann kommen wir jetzt mal zum herzstück zum eigentlichen schuh also ich habe mich für den tarpan entschieden ich wollte also einen flachen schuh schuh es gibt ja da unterschiedliche modelle sommer winter stiefel halbschuh und so weiter und so fort also man sieht jetzt hier dass er relativ stark gefüttert ist also eher was für die kalte jahreszeit und wirklich was ich richtig cool finde man sieht wirklich so diese liebe zum detail also ich bin jetzt kein schuster oder schuhfabrikant aber das wirkt wirklich alles echt sehr hochwertig verarbeitet genäht die sohle also da steht nichts irgendwo ab oder weg oder irgendwelche fäden die abhängen oder so wenn man jetzt da fäden oder was drauf sieht das sind jetzt nur fussel also ist jetzt nichts was irgendwie jetzt absteht also ich hier das relief des logos wirklich sehr sehr schön gemacht genau so man sieht jetzt also hier vorne sind die schuhe sehr breit das ist ja auch dieses ja sage ich mal besonderen barfußschuhen diesen tarpan beziehungsweise wildlingsschuhen dass ich vorne eben sehr viel platz für meine zehen habe jetzt holen wir mal hier das obligatorische knisterpapier raus ja das sieht man auch hier hinten also in dieser zuglasche wird das sehr schön gemacht nochmal da ist eben dieses run noch hinein ja ich weiß gar nicht ist das gebrannt oder markiert oder wie auch immer auch in der zunge sehen wir das dann nochmal ja also wirklich sehr schön gemacht man hat hier immer die assoziation zu tieren natürlich die modellbezeichnungen der kleine fuchs der da hinten drauf ist richtig schön gemacht ja und die schuhe das tolle ist dran also man hat nicht nur diese flexibilität wie man es jetzt hier sieht also man kann die wirklich zusammen rollen zusammen kneten sondern es geht darum dass man seinen fuß ja genug freiraum gibt also ich sage mal es geht hier darum dem barfuß laufen so nahe wie möglich zu gehen also kein fuß gefängnis zu haben sondern schon einen schuh zu tragen aber so natürlich wie möglich laufen zu können ja also gerade vorne das breite für die zehen und dann eben auch dieses möglichst flache laufen die flache sohle dass ich eben mein fuß so verhalten kann von der anatomie physiologie dann auch wie er es eigentlich machen sollte oder könnte aber oft eben nicht mehr gewohnt ist durch die schuhe was wir heutzutage tragen ja das ist jetzt immer ein erstes ich nenne es mit Anführungszeichen Unboxing Video wie es ja so schön auf Englisch heißt deswegen wollte ich euch mal die ersten Eindrücke ganz kurz zeigen also wie ist die Beschaffenheit der Sohle wie sieht so ein Wildlingsschuh das Modell Tapan überhaupt aus und weitere Infos wird es dann in meinem Blogartikel geben und in weiteren Videos dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen ja bleibt wild und gesund und bis bald